Die Juli-Highlights auf Gute Laune TV Es ist wahrlich ein bitteres Los, das Musik- und Festivalliebhaber in diesem Sommer ziehen müssen. Auch wenn man vorerst an keinem Live-Event im großen Stil teilnehmen darf, so müssen Sie nicht verzagen, sondern einfach Gute Laune TV fragen und anschauen. Wir bringen ausgelassene Festivalstimmung zu Ihnen nach Hause und entführen Sie zu einem der spektakulärsten Open-Airs Europas. Das Schlager-Open-Air am Flumserberg im schönen Heidiland in der Schweiz. Es hat Tradition und bricht alle Jahre wieder Rekorde. So auch 2019 mit einer Künstlerliste, die keine Wünsche offen lässt. Mittendrin Gute Laune TV-Moderatorin und Sängerin Julia Buchner mit ihrer Sendung Schlagerfreunde. Freuen Sie sich auf spannende Exklusiv-Interviews mit vielen Stars und auf einzigartige Live-Auftritte. Am 4. Juli um 20 Uhr. Die Amigos begeistern ihre Fans seit Jahrzehnten und sind das erfolgreichste Schlager-Duo Europas. Die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich überzeugen mit Songs über Gefühle, Liebe, Hoffnung und Freundschaft. So auch in ihrem neuen Album 1000 Träume. Im Gespräch mit Moderator Ingo Blen plaudern die beiden über ihr neues Werk und geben dabei viel Privates von sich preis. Sie erzählen von ihrer Nähe zu den Fans, deren Treue, ihrem Künstlerleben und sie ziehen ein Resümee aus ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte. Ja, sie haben richtig gehört. 50 Jahre Amigos. Mit viel Musik aus dem neuen Album. Das TV-Special Die Amigos 1000 Träume. Am 16. Juli um 20 Uhr. Seine Fans finden ihn einfach nur geil. Andere nennen ihn zuweilen Schlagerfuzzi. Für uns ist er der Mann mit den Freundschaftsbändchen. Und diese Beschreibung reicht völlig aus, um zu wissen, um wen es geht. Wolfgang Wolle-Petri. Und um ihn geht es auch in dieser Ausgabe von Deutschland Deine Schlagerstars. Ein Aufstieg zum absoluten Kultstar bis hin zu seinem Ausstieg aus dem Plattenbusiness 2006 sind Themen in dieser Sendung. Ach, jeden Tag brandneu. Was Sohn Achim mit dem überraschenden Comeback des Vaters zu tun hat? Moderator Benni Schnier weiß es und erzählt es ihnen am 23. Juli um 20 Uhr. Und weil wir zu Beginn von Open-Airs und Festival-Stimmung gesprochen haben, runden wir den Juli mit einem weiteren Outdoor-Event ab. Der Schlager-Olymp. Während Beatrice Egli, Ella Endlich, Marie Wegener, Ross Anthony, Feuerherz, Michael Wendler, Bernhard Brink, Frank Zander, Maximilian Arland, Maria Voskania, Anne-Marie Eilfeld, Julian David, Anni Perker, Mitch Keller, Oliver Thomas und viele mehr zeigen, wie man das Publikum zum Singen, Tanzen und Feiern bringt, interviewt Moderatorin Antje Klan einen Künstler nach dem anderen auf einer zweiten Bühne. Lassen Sie über 20.000 Fans in Ihr Wohnzimmer und feiern Sie das Leben mit den Schlager-Olymp aus Berlin am 25. Juli um 20 Uhr. Die Juli-Highlights auf Gute-Laune-TV